Unglaublich aber wahr, Arbeitgeber verweigert Zahlung der 300 Euro Energiegeld, weil er die Doppelzahlung für unzulässig hält. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin Altersrentner und arbeite seit mehreren Jahren auf 420 Euro Basis, einmal wöchentlich. Als im September 2022 die Energiepreispauschale an die Beschäftigten ausgezahlt wurde, hat mein Arbeitgeber auf die seinerseits noch unklare Situation hingewiesen, dass Doppelzahlungen nicht eindeutig geregelt sind. Folglich befürchtet er, also der Arbeitgeber, Rückforderungen und hat deshalb die 300 Euro nicht mit dem Lohn September ausgezahlt. Meine Damen und Herren, schon mit den ersten Energiepreispauschalen für Erwerbstätige, also mit der ersten Energiepreispauschale für Erwerbstätige, die im Einkommenssteuergesetz geregelt ist, war gesetzlich oder ist gesetzlich klargestellt, dass Doppelzahlungen der Energiepreispauschale aus mehreren Arbeitsverhältnissen rechtlich nicht möglich sind. Das betrifft die Energiepreispauschale für Erwerbstätige. Zweimal 300 Euro Energiepreispauschale als Arbeitnehmer, Minijobber und als Rentner hingegen sind sehr wohl möglich. Die Energiepreispauschale für Erwerbstätige hat nichts, aber auch gar nichts mit der Energiepreispauschale für Rentner zu tun. Sie haben, lieber Anfragender, unter dem Voraussetzung des § 117 Absatz 1 Einkommenssteuergesetz, einen direkten Zahlungsanspruch der 300 Euro von Ihrem Arbeitgeber. Direkter Zahlungsanspruch. Dieser Anspruch setzt aber voraus, dass Sie als Arbeitnehmer am 01.09.2022 entweder in einem ersten gegenwärtigen Dienstverhältnis bei Ihrem Arbeitgeber stehen und in die Lohnsteuerklasse 1 bis 5 eingereit sind oder einen pauschal versteuerten Arbeitslohn, Minijob, haben. Also daraus Einkünfte erhalten und wenn Sie als Arbeitnehmer dem Arbeitgeber schriftlich bestätigt haben, dass es sich bei Minijob, bei Ihrem Minijob um das erste Dienstverhältnis handelt. Der Arbeitgeber darf die Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale an den Arbeitnehmer nur dann verweigern, so ist es gesetzlich geregelt, wenn der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, Lohnsteueranmeldung abzugeben oder der Arbeitgeber ausschließlich geringfügig Beschäftigte, Minijobber hat, bei denen die Lohnsteuer nach dem Einkommenssteuergesetz pauschal erhoben wird oder der Arbeitnehmer in den Fällen der Pauschalbesteuerung beim Minijob, beim Arbeitgeber, nicht schriftlich bestätigt hat, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt. Da gibt es noch andere Ausschlusstagbestände, aber das sind so die wesentlichen. Und nur diese Gründe berechtigen den Arbeitgeber, die Zahlung zu verweigern. Die Arbeitnehmer erhalten dann in diesen Fällen, wenn es berechtigte Verweigerung ist, die Energiepreispauschale nach Abgabe einer Einkommenssteuererklärung für das Jahr 2022 im Rahmen der entsprechenden Veranlagung durch das zuständige Finanzamt ausgezahlt. Eine Weigerung, die 300 Euro Energiepreispauschale nicht zu zahlen, weil der Arbeitgeber meint, dass Doppelzahlungen unwirksam sind, das ist schlichtweg rechtswidrig. Eine solche Weigerung, ein solcher Grund ist vom Gesetz, im § 117 Einkommenssteuergesetz, überhaupt gar nicht gedeckt. Das findet sich da gar nicht. Denn nur die in § 117 Einkommenssteuergesetz genannten Fälle berechtigen den Arbeitgeber zur Nichtzahlung der 300 Euro an den Arbeitnehmer. Dazu gehört die mögliche Doppelzahlung sicherlich nicht oder der Grund dazu. Daher mein Rat. Fordern Sie Ihren Arbeitgeber unmissverständlich und schriftlich auf, dass er die 300 Euro Energiepreispauschale aus dem Arbeitsverhältnis, auch aus dem Minijob, abzurechnen und auszuzahlen hat. Oder Ihnen schriftlich darlegt, warum er die 300 Euro nicht auszahlen möchte. Setzen Sie Ihren Arbeitgeber eine Zahlungsfrist mit einem Endtermin. Und sollte der Arbeitgeber dann nicht zahlen oder Ihnen keinen Nachweis erbringen, dass er einen berechtigten Ausschlussgrund hat, dass er die 300 Euro Energiepreispauschale nicht zahlen muss, gehen Sie zum Fachanwalt für Arbeitsrecht und sprechen dort weiter alles ab und erwägen eventuell sogar eine Klage beim Arbeitsgericht. Nur wenn der Arbeitgeber nach den geltenden Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes berechtigt ist, die 300 Euro an den Arbeitnehmer nicht auszuzahlen, darf er die Zahlung verweigern. In diesen Fällen, so hatte ich es schon gesagt eingangs, können Sie als Arbeitnehmer dann die 300 Euro Energiepreispauschale beim Finanzamt sich holen oder auszahlen lassen, je nach Einkommenssteuererklärung und auch Abrechnung durch das Finanzamt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, Untertitelung des ZDF, 2020